Es gab auch eine Menge Workshops, die jetzt ihre Sachen, die sie erarbeitet haben, nicht auf der Bühne zeigen, aber auf andere Art und Weise. Wir haben vorher schon Bilder gesehen vor der Show, wir haben Filme gesehen und man kann auch draußen im Foyer an Stellwänden noch viele Ergebnisse aus vielen tollen Workshops bewundern in der Pause und natürlich nicht vergessen, die Feuershow des Zirkus draußen auf der Wiese. Dazu gibt es halt gleich eine 15-minütige Pause. Nach der Pause ist es wichtig, weil dann Streetlight sofort losgeht und die Türen ja wie gesagt geschlossen werden, dass ihr wirklich pünktlich nach 15 Minuten wieder hier seid, damit dann der zweite Teil losgehen kann mit dem Musical Streetlight. Aber jetzt! Genau, wir haben jetzt noch einen Workshop vor uns. Das sind auch schnelle Rhythmen, Bees und Move. Da werdet ihr überrascht sein, das ist nämlich der Modern Dance Workshop mit Bartos in Philippinen und den Schülern von beiden Schulen. Also schauen wir, was sie in zweieinhalb Tagen auf die Beine gestellt haben. Bühne frei für den Modern Dance Workshop! Bühne frei für den Modern Dance It's just the way it goes Feel like I've waited for longer days I wonder if it shows Get underwater, now I can't breathe It never felt so good Cause I can feel it coming over me I wouldn't stop it if I could And I take the water I don't know what I need to know I know you can't breathe And I take the water I need to breathe Cause something's saving the night Can't you pretend? I'm gonna go I'm bringing it to me Can't you sing me all over? I'm telling you I'm bringing it to me I'm looking hard for you to hold my hand Because I've got to fall Now let me rise I know you can We could lose it all But it takes over Yeah Yeah I know you're here tonight But it takes over Yeah I'm bringing it to me Tonight It's been tvålar JA Tanzan Tbetal Tail comm Tbetal Tbetal And you'll want the night If you wanna That match To Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.